Was ist der wichtigste Moment für uns im Leben, liebe Geschwister? Was ist der wichtigste Moment für uns im Leben? Bitte schön. Das Ende. Weil das Ende bestimmt über deinen weiteren Ausgang. Ist dein Ende gut, so erwartet dich nur das Gute. Ist aber dein Ende schlecht, so erwartet dich nur das Schlechte. Was ist das beste Ende, was ein Muslim haben kann? Das beste Ende. Ihr solltet das wissen. Liebe Geschwister, das sind die Themen, die für uns wichtig sind. Was ist das beste Ende? Jemand, der gleich Muslim werden wird, bitteschön, Pfarrer. In der Moschee sterben, das ist auch ein sehr gutes Ende. Allahumabari. Naam, bitteschön. Dass deine letzten Worte la ilaha illallah sind. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, man kana akhiru kalami. La ilaha illallah, dachala, dachala al-jannah. Derjenige, dessen letzten Worte la ilaha illallah sind, so wird er das Paradies betreten. Allahu Akbar. So wird er das Paradies betreten. Sei dir sicher. Wenn du zum Schluss la ilaha illallah sagst, du konntest nichts Besseres sagen. Aber um la ilaha illallah zum Schluss zu sagen, musst du deine Zunge darauf was? Trainieren. Wie oft sagen wir la ilaha illallah amta? Nicht oft. Fast gar nicht. Wenn es nicht im Gebet ist, dann gar nicht. Und das ist falsch. Und ich kritisiere euch und mich, liebe Geschwister, dass wir Allah fürchten sollen. Wallahi, la ilaha illallah sollte ständig auf unserer Zunge sein. Man vergisst richtig. Aber wenn du vergisst, so wirst du dich auch wieder erinnern. Und daher auf dem Weg zum Bus, auf dem Weg zu U-Bad, nicht auf dem Weg zu Steffi, da gehst du erst gar nicht hin. Auf dem Weg zu den guten, erlaubten Sachen sagst du immer was? La ilaha illallah. Wir haben manche Leute, der macht einen Download und das dauert mindestens 10 Minuten, der guckt so. Subhanallah, sag la ilaha illallah. La ilaha illallah. Weil einmal la ilaha illallah sagen, und die Belieferung ist umstritten und nach vielen Gelehrten authentisch, ist schwerer als die Himmel und die Erden und was dazwischen ist. Auf deiner Wachschat. La ilaha illallah. Warum sollst du deine Zunge darauf trainieren? Weil wenn der Augenblick kommt, möge Allah uns allen ein gutes Ende geben. Wenn der Augenblick kommt, liebe Geschwister, wisst ihr wie schwer es sein wird, la ilaha illallah zu sagen? Wallahi, denk nicht, dass das eine leichte Sache sein wird. Allah befestigt die Gläubigen mit dem festen Wort. Was heißt mit dem festen Wort? In der Dunja, dass du nicht von dieser Welt gehst, außer mit la ilaha illallah. Und im Grab, dass du die Fragen von Munkar und Nakir, die drei Fragen, richtig beantwortest. Allah befestigt dich dazu. Was heißt, er befestigt dich? Es kann sein, dass du ein schwacher Mann bist. Es kann sein, dass du jemand bist, der vielleicht bei den Leuten keine Achtung bekommt. Aber bei Allah hast du deine Stellung. Und so gibt Allah dir die Kraft, la ilaha illallah vor dem Tod zu sagen. Und das wird dein bestes Ende sein. Biiznillah, Samir al-Alim.